Kannst du kacken? Nee, Mann! Gibt's doch nicht. Ich kann auch nicht. Ja, jetzt willkommen zurück zu einer weiteren Folge... ARK! ARSCH! Entschuldigung! Wir... Ja, schöne Woche hoffentlich, hattet ihr. Das Mammut ist dann dickig. Ich hol das mal ran, ja? Ja, mach dat mal. Das Lustige ist, ich hab grad, als ich den Titel gewechselt hab, hab ich Spotify angemacht. Jetzt läuft hier voll der epische Rock-Track im Hintergrund. Hä? Wo bist du denn jetzt? Hier aber nicht. Also, bleib da oben. Achso, ich warten, okay. So, dahinten ist es. Ich glaub, ich mach auch den Track mal lieber wieder aus, sonst kloppt die GEMA bei mir an. Auch wenn's geil ist gerade, aber schade. Gut. So, ähm, ja. Wir werden das im Moment jetzt ziehen. Ja, ich lauf jetzt. Ah. Eigentlich könnten wir das vielleicht von hier dann schaffen. Wo ist es denn? Da, ich versuch mal... Ach da. Ich glaub es hat... Komm hoch, komm hoch. Hat es dich? Bin ich sicher. Wichtig nicht, ne? Ja, ich hab getroffen. Geil. Okay, ich komm hoch. Ja. Mammut! Action! Ich hoffe es kommt dir nicht hoch. Scheiße. Oh man, dein Vieh blockt mich. Das ist dein... Wie mein Vieh. Steht doch voll am Rand. Aber ich hab schon. Ist easy, Alter. Das steht hier und... Oh oh. In den Kopf, möglich? Ja. Oder hier. Ich locke es zu mir. Haut es ab? Nee. Ich hab's gar nicht mehr, Alter. Es hat sich jetzt unter... Da. Scheiße sitzt beim Affenmenschen. Warte, ich muss hier wieder... Da, es liegt, es liegt. Echt? Ja. Scheiß, direkt neben dem Affenmann. Fuck, sollen wir den machen? Ja, wir betäuben den. Und dann... Auch von da oben, oder? Warte? Ja, ja, ja. Okay. Äh, warte, 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 bis ich oben bin. Ja. Weiße. Okay, das Mammut... Ich hoffe man kann den betäuben. Weil ich... Mammut liegt vielleicht nicht so lange. Ja, ja, ja. Ich bin jetzt oben, du kannst schon... Okay. Wo bist du denn? Ich mach, ja. Wo bist du? Ach, da. Ich... Okay, ja, warte. Ich hab... Okay, es kommt. Wo ist er hin? Der Wichser. Wo ist der? Bist du jetzt auf meinem... Ja, der steht halt genau am Stein. Scheiße. Warum... Warum folgt Sönke dir? Äh, weil ich das befohlen hab. Ja, wir können den, glaub ich, mit Sönke machen. Ja, komm, dann... Welches Level ist der denn? Oh, warte, ich logge ihn mal zu uns, ja? Warte, bleib mal da oben. Bist du oben noch? Ja, ich muss mal eben hier Sönke in den Griff kriegen, weil der rennt hier hinterher. Ja, ist doch egal. Ja, nee, der springt jetzt hier die Klippe runter. Geh, geh. Jetzt geht der... Jetzt komm hierher. Ich? Ja. Wir machen noch den... Wir müssen jetzt schnell machen, den Affenmann killen. Ja, gut. Komm her. Ähm, wir versuchen ihn zu betäuben, ja? Ja. Bisschen kiten. Oh, leu. So, ich... Ich zieh ihn weg und du schießt ihn ab, ja? Ja. Jetzt geht er auf mich. Boah, ich seh nichts. Jetzt musst du wieder. Du musst sagen, wenn du die Akku hast. Steht er grad nicht. Wo ist er denn? Jetzt. Der steht... Der läuft wieder normal, Junge. Hä, wo ist er denn? Ich seh nichts. Der steht hier. Bei mir zumindest. Ich seh nichts. Ach, da. Alter. Ja, so kannst du's auch machen. Hä? Okay, er geht auf mich. Er blutet aber schon ordentlich. Hä, der ist weg! Nein! Ich will dir die Drinks hier. Oh, fuck you, Alter. Ja, lauf. Ich hab ihn. Ah! Du hast mich geblockt. Ja, ich lauf hier halt im Kreis jetzt. Ja? Alter, Dagi ist auch so hart im Weg. Was hauen wir dein Leben, ne? Ich mach ihn einfach. Ich mach ihn einfach. Ja, der ist fast tot. Und tschüss. Okay, jetzt schnell. Kannst du ganz schnell Narkotika holen? Ja. Baller erstmal alle Narkobären rein, die wir haben. Ich guck mal. Ein Narko... Ein Narkotik hab ich. Okay, dann baller das mal rein. Boah, hast du mich mit einem Fall abgeschossen, Alter? Ja, aus Versehen. Aber... Ja, nice. Wir haben einen Mammut vielleicht bald. So, ich hol Narkotik, ja? Ja. Wenn ich hier wieder zurück finde. Einfach hier lang, ne? Boah, das... Nascht doch gut, ja. Plus neun Level? Äh, dann ist der 28. Wäre der... Also wir können halt noch nix mit dem anfangen, weil wir erst mit Level 40 den Sattel bekommen. Aber haben oder nicht haben, wa? Aber... Der ist halt ne Kampfmaschine, Alter. Das kommt noch dazu. Der böllert... Also da haben wir dann echt ne Vormachtstellung da hinten. Da können wir in Ruhe unten alles aufbauen. Und der hat halt ne richtig fette Rosette. Ja, das auch. Ich hab kein Leben. Äh, ich brauch Bären. Warte. Hab kein Leben. Da, 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 Herbert. Jetzt hab ich keine Ausdauer. Muss ich warten? Ach, hier. Die Nullen. Boah, ist sau kalt hier. Ich hab das Gefühl, Lederrüstung ist nicht so gut für Kälte und Hitze wie Strohrrüstung. So dumm. Okay. Ähm. Ich hab keine Ahnung. So. So. Oh, lage stabil. Ja, Atmung. Oh. Haben wir überhaupt noch Narkotik? Ja. Im Mörser bestimmt. Oder hab ich noch? Ne. Im Mörser? Warte mal. Ach. Geh doch mal da. Ansonsten sammeln wir halt Bären. Ich. Alter. Wieso kann ich nicht auf den Börser? Inventar öffnen. Bist du kacke? Ja, 35 Narkotik haben wir noch. Ja, das reicht easy. Ich mach hier ein Feuer, glaub ich. Weil, äh, ansonsten. Wir brauchen hier Wärme. Äh. Wo? Wo geht's da hin? Sönke! Sönke ist weg! Hä? 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 Warum ist Sönke weg? Hä? Wo ist der hin? Hallo? Scheiße. Der ist aber nicht krepiert oder so, ne? Das stand nix. Da ist Joachim. Du bist doch mit dem hingerannt. Ja. Nicht irgendwie unten. Hä, aber... Der hat doch dir gefolgt, oder nicht? Ja, ja, sicher. Ich bin ja mit dem hingerannt. Wobei, ne. Der ist ja wieder zurückgelaufen. Ja, aber du hattest ihn ja schon. Oder? Bist du einfach draufgesprungen? Bin nur draufgesprungen. Ja, dann könnte er auf dem Weg zu mir sein. Irgendwie. Sonst wo. Oh man. Ja, guck mal, ob der da irgendwo ist. Sonst muss ich ihn nämlich suchen. Ja, bei mir ist er nicht. Sonst wüsste ich es ja schon. Ach, scheiße. Jetzt falle ich hier die Klippe runter. Oh, bin tot. Oh, fuck, Alter. Geh, geh. Och. Och. Och, komm. Es läuft wieder bei Marcel. Was ist denn das hier? Ah, ja, er ist neben mir. Gut. Ja, dann ist ja alles okay. Ja, jetzt muss ich noch mal ein Inventar finden. Im Dunkeln. Da habe ich Gamma 3. Nee. Okay. Du hättest ihm einfach so Narkotik geben sollen, dann abschicken. Und los. Wiedersehen. Das wäre sehr witzig gewesen, tatsächlich. So. Da gehe ich auf große Abenteuerfahrt. So. Wo ist die Leiche? Hier. Irgendwo. Die Leiche. Da ist er. Oh, du bist aber ganz schön heiß, Junge. Inventar öffnen, bitte. Mit wem redest du? Mir selber. Noch mal mit meiner. So, ich bin jetzt her. Okay. Alle draus nehmen Hose an. Aber jetzt kommt der kein Kanon lang, Alter. Dann kriegen wir hart aus. Das ist im Haul. Da müsste sich Sönke dann beweisen. Bento Beere. Aber der snackt hier ganz gut. Der ist jetzt schon bei... Oh, einem 5.0. Ich habe doch gerade die Scheißnachen angezogen. Und wir haben leider keinen Kippel. Dann würde es wesentlich schneller gehen. Jetzt hier runter, um zu sterben. Ja. Okay, ich bin schon wieder tot, oder? Alter. Lauf doch noch mal. Naja, wie fliegt bei der Scheiß jetzt irgendwo bei dir. Hä? Und ich kann mich... Oh nein. Nein. Nicht aufs Bett? Nee. Alter, I feel you gerade. Ich war jetzt schon vor zwei Folgen. Oder vor drei war das inzwischen schon. Na gut. Wo sind wir jetzt? Hm. Obwohl ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ja, gut. I.K.Easy. Oder? I.K.Easy. Na, jetzt direkt an Chompis und Dilos gespawnt. Geil. Ah, ich bin da, wo du vorhin farm warst, glaube ich. Na, das kann gut sein. Ja, dann, äh, zurück herlaufen. Ich, äh, level ein bisschen den Sünke, ne? Ja, mach das mal. Wie ist unser Mammut drauf so? Läuft. Fertile Taming. Äh, aber, ja. Na gut, gut. Also, im Notfall kann ich das Vieh auch mit Narko, äh, mit Narko-Bären oben halten. Ach, ja, stimmt. Ach, ja. Aber, ja. Das, äh. Ja, ich warte immer noch auf dich. Oh. Das wird schon, oder? Bin ich hier? Ich, aber ich denke schon. Ich hab mir erstmal ein schönes Lagerfeuer angemacht. Das ist gut. Das ist gemütlich. Okay, ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Was ist denn das hier? Drück mal M. Dann weißt du's doch. Ah, nö. Kannst du mir kurz deine Koordinaten sagen? Ähm. 70, 72. Also 70 nach oben oder 70 nach rechts? 70 Höhe? 72. Ja, ich bin genau auf der anderen Seite der Insel. Also 70 Latitude? Wie auf der anderen Seite? Ich bin bei 80, 68. Ne, 68, 80, so. Ah, ja, okay. Glaub ich denn jetzt am besten? Ja, wir sind mit einer Leiche. Ja, das wäre eine Idee, ne? Hier, schöne Rosette. Hm. Hm, rosa. Nehmen wir den Werner? Ja. Ah, hier ist ein... Wie heißen die Ficker nochmal? Patchy? Pachy. Der Pirat. Wir haben so ein... Pachy. Oder? Ach, hier... Ich glaube... Oder? Ist es das? Unsere Klippe hier? Ich muss halt hier bleiben, weil... Wenn jetzt hier Chompies kommen oder so... Ja, okay. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich weiß, wo ich bin. Alter, der Kopf ist so platt von den Boys, Alter. Es ist einfach hier Ice Age, Jungs. Was zum Fick ist das? Was die halt Hörner... Hier liegt ein toter Kano, Alter! Was? Der Affenmann hat ein Kano gekillt! Ha! Alles klar! Okay! Ja, ich hab keine Angst. So, dann glaube ich jetzt mal hier schön... Hier... Sind dumm, ne? Warte mal, hatte ich Gamma auf 2,5? Ja. Glaub schon. Es wird nachts Senoritas. Haben wir eigentlich wieder die Drops irgendwie aus? Nee, nee, ich hab vorhin schon einen gesehen. Okay. So folgt mit so'n Stilo... Ja, der ist jetzt bei einem... Dritt... Ja, Viertel. Oh, jetzt geh ich hier ins Wasser. Scheiße, ob das... War Schaden gekriegt, aber... Schluss. So, ich bin gleich da! Ich seh dich schon! Jetzt muss ich noch mal ne Leiche finden! Kiss Kiss! Du siehst du nicht schon? Ja, du läufst da gerade mit ner Fackel in der Hand durch die Gegend. Auf meinem... Dinor Saurius. Auf Sönke. Das mein Arsch... Das ist das sieht auf meinem Arsch aus hier. So! Und los geht es auch schon. Jetzt hättest du die Narkote eigentlich auch selber schon holen können. Das waren zwei Meter von dir entfernt hier. Ja, wusste ich ja nicht. Guck mal nur, theoretisch gesehen. So! Hallo! Hm... Na, bist du da? Ja, wohl. Ich bin da. Mach direkt mal zweimal. Lass mal vom Kopf abhängen. Lass vom Kopf abhängen! Tschüss! Und bin doch hochgekommen und so. Ah! Geil! Du bist nackt. Alter! 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 Dieser Hans-Entertainment-Moment. Dieser Sönke Entertainment-Moment. Der lieber... Der wieder das Leben genießt. Oh! Der bewegt sein Kopf, der ist bisschen gruselig. Ja, der snackt. Guck mal, der ist schon bei einem Drittel. Hahahaha! jonge jonge du willst wissen 50 habe ich noch ich habe 13 in den toten kanu einfach schleppt ihr in unser haus und dann ist es unser bester freund ja ist der denn dann könnte ich eigentlich mal ernten gehen damit der liegt quasi da wo du gefarmt hast das ist klar man leder vorhin in der schlucht ja gg da könnte man zu sind da kam es ist ganz schön heftig wait das sind nicht meine meine sachen alle kaputt gehen das kann nicht sein klar wenn du so fällt aber meine leder sachen wow meine sind auch schon richtig gut abgenutzt dann habe ich ja alle meine gut dann hole ich seit jeder vom kano genutzen mit nutzen wir die leichen die hier rumliegen aus ich jetzt glaubt man ein bisschen nach kanus noch mal und notfalls ab du würdest auftun brauche ich auch noch haha wieso das sei nach jahr haha ich weiß einfach nur ein bisschen lele lele er kackt sind geschissen schön schön da dabei da wissen wir haben wir richtigen da haben wir den richtigen bündnis auf level 40 nice ich hab gekackt hier also das müssen wir in den griff kriegen das kann ja so nicht weitergehen da ist noch ein karl hier ist ein kano alter wo der kämpfe gegen zwei trikes der ist fast tot naja das überlebt er nicht gegen zwei trikes albino sogar echt albino kano aber ich glaub der andere ist weg den haben wir gesnackt dann warte ich einfach bis der tot ist wobei der tötet die ja warte ich komm mit dagmara rum oh 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 die sind beide tot das kommt der zu mir soll ich den zu dir locken ja ja ich warte an der alten stelle ja an der alten ach so ja okay kommt der ja jetzt nur arsch langsam mal da du lehme scheiße du aber hoffentlich geht er nicht auf dem mammut warte dann gehe ich ein bisschen er ok quasi wenn du die rampe ja hoch gehst wo der affen mensch war stand wir links oben ok ich stehe jetzt rechts oben ok dann fange ich euch eher ab ich habe keine ausgabe jetzt einfach durch die schlucht hier ich bin einfach über robin hood grad der kanon hat auch keine ausdauer mehr glaub ich doch der rennt weiter so ja ich seh dich warte du siehst mich rechts oben ja 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 nein ich fall runter mach keinen scheiß jetzt der kommt da hinten was mach ich denn so lange ja du rennst weiter ne warte mal der rennt wieder um der kristen die laufen weg soll ich denn schon mal abballern ja ja ich warte hier direkt um die ecke der ist über robin hood style grad ich weiß nicht wie ich hier hingekommen bin aber ich hoffe er frisst mich hier nicht so ich bin da ok ich haue jetzt wieder ab oder was da kommt er da kommt er oder ich hab ihn ne ich muss die aggro kriegen eigentlich dreh dich ja zu mir nein wieder zurück zu mir ah fuck hab ihn komm mal scheiße jetzt mach doch ja du musst hier näher dran vorbei ok soll ich noch enternieren ich glaube er hatte ich nicht mehr er hatte ich doch er hatte ich noch komm zu mir ich stell mich jetzt hier hin ja hab ihn au 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 jetzt hab ich keine ausdauer mehr scheiße mann ok ich komme ich komm runter hast du deinen sohn auf passiv ja ich bin tot übrigens pass auf meinen sohn auf setz dich drauf am besten ich hab keine muni mehr ich lauf aber weg alles meine meine scheiße mann das problem ist ich glaube der hat nicht mehr viel gebraucht ja ich hab doch noch 80 pfeile im scheiß inventar irgendwie schnell runter kommen alle ohne zu sterben ja ok das war scheiße wo ist deine leiche die liegt halt da ja 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 hol einfach die pfeile ich versuch ähm durchs mann weil ich er steht hier noch alles cool alles cool ja ja nur ich muss jetzt mir ganz viel zurücklaufen wo bin ich denn jetzt gelandet den krieg ich den sohn ach scheiße jung oh mann da ist er vorne halt immer weiter weg so ne wichse hier ah der hat deine leiche jetzt gesnackt ja du hast mich sehr gut lass dich nicht töten lebt mein söhnke noch ja 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 ich glaube ich krieg den ok ja ich brauch halt noch ewig ich hab mich jetzt extra für das team geopfert alter was ja ich hab ihn er liegt endlich alter schwede du verpasst das alles mann so ne scheiße hier ne ist doch alles gut ist doch alles gut scusi 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 welch level ist der denn bin ich hier level 23 oh ein krokodil richtig hm grüß dich ich liebe dich ich nehme mal lieber all deine sachen ja bevor das hier dies ja hm ich liebe dich scheiße ich bin überfüllt äh ich werf mal das holz weg steine äh jetzt werf nicht noch meine sachen weg naja stein und holz das ist jetzt ist jetzt nicht schlimm oder ne mann ey ausdauer äh holzkohle wiegt ordentlich ok das müsste klappen ja ok ich brauche jetzt aber echt die narkotika ah ne ich habe ja jetzt die narkotika ne ja eben also eigentlich hat mann die alle ich habe die alle über dem reingelegt alter jetzt alter die folge ist ja endkrass ja wir knechten einfach gerade zwei übelste motherfucker die mütter gefickt haben die Kinder haben mütter haben für gewöhnlich Kinder aber ja 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 Manni ist schon bei der Hälfte nein 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 Werner haben wir gesagt ne Werner Manni ist zu einfach alter ja Manni ist echt zu einfach und wenn wir den oder obwohl das Ding jetzt vom wählen ist ja eigentlich jetzt welcher wie ja wem gehört welcher Dino ja ich habe mein Leben für ein Kanu geopfert hm oder gehören die einfach uns beiden ja sicher gehören die uns beiden Lappen ja aber Sönke gehört zum Beispiel dir auch wenn er jetzt echt gut gefällt ja mein Gott ich leg mal alles in Sönke rein was dir gehört ja ja und wir haben halt sowieso äh wenn es darum geht jagen zu gehen oder ähm Mammut das benutzen wir doch auch beide ist doch scheißegal jetzt so ein Sönke das das ist schon wieder eine andere Kategorie ja aber Sönke ist easy da liegt der Wichser hier hast mich gegessen du Arsch ja hat er echt aber deswegen konnte ich ihn wieder rankriegen plus 9 Level bekommt der warte wir können versuchen mit Sönke Prime Meat zu holen wir könnten eigentlich das Mammut komplett auseinander nehmen nene ne 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 aber das ist jetzt schon bei der Hälfte eben dass das wäre das wäre zu schade hatte ich echt so wenig scheiße ja halt und voll viel krempel so holz stein faser gut hast du den fleisch in den typen ja leg mal ein bisschen fleisch nach fleisch in der täsch hier welches level ist der wichser eigentlich 23 plus 9 ja gut ich kann mit söhnke mal eben wobei ich wollte leder holen aber ich habe leder dann war ich mir noch mal eben kleine klamotten lasst uns beide stegos oder krokodile holen die am prime meet okay aber ich müsste auch einer hierbleiben eigentlich aber ja dann müsste es ja schon ja das ist ja schon level 40 ich glaube im jahr level krokodil oder stegos schaffst obwohl kann man gleich machen stegos also der mit den schuppen oder wat ja also sibylle ok und krokodile ja ok das krieg wohl hin ich würde aber eher richtung unserer lager weil da sind die nicht so hoch vom level hier ist zum beispiel schon mal eine dagi das man ich gucke mal ich check mal eben die lage hier hier ist sowieso keine kein stegos ich war hier hoch weiter der brauche ewig okse popese ich besorge uns was schönes hier prime time also krokodile schlangen schlagosaurier hier sind noch zwei mammuts ja die können wir auch knechten ich habe noch steinpfeile wo sind die ja ich bin jetzt gerade wenn du in die richtung jetzt wo ich angegangen bin ich links gegangen ich weiß nicht mal welches level ist der ist level komm ich mach den eben ja oder ist denn die schlösser mammut ist übel stark ja also du kannst ein bisschen probieren so aber gerade wenn zwei sind gehen ja beide auf dich drauf ok ja stimmt auch wieder das wäre ein bisschen dumm oder liegt jetzt nicht hier hier liegt da schon was totes dann nehme ich mal direkt mit nach ab vorliegt hier toter aber leder ohne ende okay ich gucke auch mal ob ich hier was sehe ich würde wieder eben nicht zu unserer schlucht gehen aber warte mal hier pinguine haben auch primate soweit ich mich erinnern kann ja ich hatte ein primate letztens gekriegt guck mal eine spitzhacke dann da ja spitzhacke ich würde zu unserer schlucht gehen und nach low level krokodilen ausscheiden da sind ja auch ein paar stegos manchmal gut eben pinguine hier weil da besteht auch wirklich eine geringe chance auf welcher hat ja wo ein stück junge was kann sofort er fick pinguin mann mini was ja der hat gleich so viel ansicht der junge ja nice passt krass geil muss ich nur wieder finden aber das sollte nicht das problem sein ja und überleben hallo da bist du doch schon gleich pinguine ist der keybaby alter ist ja krass wohl musstest du das hast du das selber gemacht ja ja ich hab letzt vor vorletzte folge oder so habe ich wollte ich erzähle gerade gerade gesiegt ich bin gleich da ich habe keine ausdauer mehr gerade tue es aus seinem söhnke raus ne sonst nickt er das weg wobei so viel aber eh nicht geerntet ich hab da bitte spitzhacke gemacht er stimmt ja so da ist er wieder ist das der achim jetzt eigentlich ja das achim der von der geiste die leistung mit der maus alter der war der beste mir fällt gerade ein meine eurythmie lehrerinnen heißt auch achim nee die hieß auch tag mara war ersthaft nachnamen oder mit vornamen wer heißt sie mit nachnamen tag mara deswegen frage ich ja ja jetzt nicht von allen meinen lehrern die vornamen er ist auch männlicher gut werner und achim übrigens hier habe ich ein bisschen feuer gemacht weil zu fleisch willst oh nice ich komme sofort sekunde danke ich suche auch die wärme und mal eben gucken was passiert wenn er frisst ach ja das moment wie viel wie ist ja ein nahrungsverhältnis gerade bei 7 7 6 2 8 macht er 400 oder war denn nahrung okay ja bei 2750 müsste er was essen okay ich check das halt immer noch nicht 50 bei 250 oder was ja nee 2750 nahrung geht doch runter bei ihm ja 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 wenn 50 weg sind müsste er glaube ich was essen bei fünf ach so bei 50 ok nein wenn 50 weg sind ja ja dachte ich immer was mit 500 oder so deswegen gibt man den auch manchmal stim berries aber dann droppt halt bewusstlosigkeit richtig krass ja das habe ich mal probiert er das ist übel nicht einfach ja jetzt hat er gebraten oder nee ach ich habe immer die narkotik gegeben ich wollte gerade sagen aber jetzt müsste er gleich sieben siegse alter welche folge haben wir und wir haben schon kano ja ich sag ja wenn du das mit klippen machst oder mit hohen stein und von da deswegen bin ich auch der meinung der meinung die folge mit dem raptor wo der mich über gefickt hat hätte ich auch kriegen können mit der zwille so ich schätze er geht jetzt 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 bis ein drittel hoch hol noch mehr pinguine noch mehr ja das vergammelt ja sau schnell warte ja drei minuten der wird niemals in drei minuten neun stück wegfassen alter ja dann können wir das auch grillen und fressen ja warte ich grill das ist aber eine gute idee dann ich weiß ich lass mal drei drinnen ach so aber sicherheitshalber bei den stecks vor nein ein oberes stück oder nicht wir müssen sich jetzt hast du noch normales fleisch ja ja oder mal 20 als sicherung rein du mich für hast du mich gehört haben wenn du den stack haben dann verschimmelt doch nach drei minuten das oberste stück das heißt wir haben pro stack sechs minuten du hast recht ja ich da trotzdem noch normales rein aber ich hole und ich hole noch mal oder war das so ja ja klar dass er bei jedem steck ich glaube das nicht dass bei primate anders sein sollte wenn man kann man nur auf zwei stecken ja aber dann steckt hat andere auch noch da waren zwei aber ich kann die nicht irgendwie aufeinander tun man kann die nur voneinander abziehen aber nicht aufeinander ok ok pinguine oder so tun so machen wir es das wird über die kampfmaschine wollen wir mal primate verfüttert dann geht die zähneffizienz auch nicht so krass runter wie beim normalen ja haben wir jetzt schon mehr levels level schon mehr das wird wenn dann weniger ach so ok aber werner ist ja auch bald durch wenn man da gemacht in die ecke stellen oder ist ein scorpion den muss man ja mit vergammeltem fleisch hat mich gesehen der kann nicht so viel der machte ich habe bewusstlos aber das ist jetzt wir müssen jetzt erst mal die beiden durchkriegen safety first hätten wir beim mammut eigentlich wir belegen so mammut mit level 25 das und karl er lasst ja auch noch nebenbei hier sind noch mehr pinguine alle und ein affenmann ist ja kann nur durch oh man diesmal kein prime meet tatsache du hast recht was womit wenn das deck durch ist nochmal acht minuten oder so im dino erhält das naja du musst das prime wieder unbedingt im dino transportieren aber dann tue es halt nicht an erster stelle weißt du okay ja hier immer noch kein freund ist ja von der ersten stelle klein wichser hier der hat mir vorhin ja so ein kleiner zum baby pinguin aller lehrt mit neun prime meet was mach mal hier schüsch hier dagmara sein mein kühlschrank schon wieder 45 die baby pinguine ist ja voll geil aber da jetzt mache ich einsteck hiervon und dann da und da und da ich hoffe der frisst das jetzt nicht er hat schon gefressen scheiße ich fütter den eben mit normalem fleisch reicht 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 weil der hier frisst eh nicht noch mal drei der ist jetzt bald durch ja schon bei ok bei drei fünftel oder so knapp überhälfte drei käfer spaß schleich ich habe mir doch vitamin reich ich schätze werner muss noch zweimal snacken geil alter jetzt über die du nicht verlieren bis wir die sattel haben ach ach bis dahin was wird uns nie passieren haben wir zehn davon der kanu sattel kriegst du jetzt mit 50 mammut sattel mit 40 das schon eher wahrscheinlich ich komme auf den kopf vom nicht platte sieht so jockelhaft aus eigentlich müssen wir ihn jockel nennen jockel detlef jockel jockel genau detlef ist ja auch ein richtiger geiler name alter detlef den wollte ich mir eigentlich noch für einen guten moment aufsparen aber eigentlich ist das jetzt ein guter moment wir nennen ihn detlef jockel nee nee die müssen wir aufsparen hier kommt das primate auf zwei beinen t-rex wäre überhaupt geil als detlef oder so ein flugsaurier das ist ein richtiger detlef das ist auf jeden fall achim so komm mal her wie lange hätte ich die scheiße noch? sieben minuten easy noch einmal dann ist er durch guck mal her einen primate krisse hast du gut beauftragt hab ich im gegenwitz voll so dann haben wir einen kanu und einen mammut und ähm ja dann haben wir das spiel auch schon fast durch auf expert ja easy going wie jedes andere spiel auch ich weiß nicht was die leute mal haben wir können doch alles blöd schon durch minecraft counter strike alles kein problem alles durch gar kein problem ein ding für den king äh tu essen das ist so fleisch ja komm wir snicken uns auch mal was warte ich hab hier ich hab hier ich musste rein beim mann nice gönn dir verdirbt in 2 stunden 48 wow okay dann kocht das andere auch nochmal hier wenn ihr nur noch eins braucht ja dann haben wir nämlich geil das ist richtig nice und das könnte wahrscheinlich die ganze hungerleistung voll ne boah schüsch ja ja ich hab kein holz mehr kannst du kurz holz holen holz warte wir gucken kurz wie der achim aufersteht du brauchst denn jetzt holz wie viel feuer so so dann vertapp ich denn noch in den hab ich noch Stroh oder so'n scheiß ne geil ja geil es dauert aber noch ne doch nicht oh gott oh gott bist du bereit hm ich stehe jetzt erstmal mit der kopf in der wand da ja maaaann geil alter komm mal raus da achib fuck da die scheißärmchen was ist denn der Mist geboren richtig ich hab's das schweine immer hier ja jetzt werner probieren oder ne dass der detlef hat dots jetzt willst du noch detlef nenn Ich weiß es nicht Was ist mit dir hier? Der ist auch jetzt fertig Und der ist auch bei 50 oder bei weniger? Der bei 40 Oh, dann haben wir ihn auch gleich Alter, geil Jippie Alter Wer will jetzt noch mit uns ficken, Junge? Keine Ahnung Niemand, Junge, wir ficken selber Wir ficken einfach selber Auch wenn er viel übel hässlich ist Aber der knallt richtig Der ist echt übel hässlich, Mann Die Arme sind halt so hässlich Die haben nicht mal einen Knick, die haben keinen Elbogen Weißt du, die Leute machen sich immer über die T-Rexe lustig Aber die haben wenigstens noch normale Arme Ja Der hat Kontergan genascht, Mann Das ist übel heftig Ja, guck dir das nur an Kontergan genascht Ja Mammut Wie wollten wir den nehmen? Detlef Ist das Mammut oder? Okay Die Sauce Ah ja, mit V So, ab nach Hause Abfahrt Mit der Dagi voran reiten Ab nach Malle Saufen Geil, Junge Ja, jetzt brauchen wir definitiv ein größeres Gehege Ja, ich würde sagen, wir fangen dann auch in der nächsten Folge damit an Ja, ich denke auch Ich würde sagen, das war es doch erstmal für heute Ich habe keine Ausdauer, warte Zu Fuß weiter Wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische Ja, hier können wir ein Tor bauen Kann man in Wasser bauen? Ach, notfalls können wir ja hier Fundamente Eben, eben, eben Das ist dann hier noch ein Tor für den Aufgang Ich glaube, das ist besser Obwohl, näher müssen wir durch den Wald Ja, bis morgen Ciao Ja, tschüss Sönke Hi Oh, ich konnte kacken Warte Sönke konnte auch kacken Tschüss Ich Ich Sch Ich Vielen Dank.